Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Gartenflipper, ja ja, unser Gärtnereisemulator. Wir haben neue Aufträge, und zwar Spielplatz und Barbecue, Auftrag, den Garten in Ordnung bringen und ich brauche nur eine Gartenlaube zum Glück. Das ist ja sehr schön. Sehr, sehr viel Text, im besten Google Translate Deutsch. Deswegen lassen wir das mal und gehen direkt in den Auftrag ran. So. Du musst 60 Fortschritt erhalten, um weiterzumachen. Ha, ist doch schön. Kriegen wir ja auch hin. So, gucken wir mal. Hier steht aber aktuell nichts an. Ah ja. Montiere runde Gartenlaube mit Kuppel und Oma. Gegenstand anbringen. Gusseisen. Gartentisch Mero. Gegenstand anbringen. Firma Gusseisen. Da, okay. Also eine Gartenlaube mit Kuppel und Ornamenten. Erholung. Gartenlaube mit Ornamenten. Das scheiß Ding. Du Heimatland. Dunkel. Kann man sagen, ich stehe entsprechend durch Dunkelheiten. Sollte weniger das Problem sein. So. Entschuldigung. Ah, okay. Gut. Ja, dann kaufen wir das mal. Für 1169 Mark. Ohne ein paar zerquetschte. So. Immer wollen, Leute, was wird ein? Ah, uh, 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 uh. Das ist ja groß. Das ist ja richtig groß. Leck mich am Arsch. Okay, dann muss das halt mal hier so hin. Montieren wir das Ganze halt mal. Hausflipper typisch. Wir klicken uns das Ganze zusammen. Oh, steht. Sehr schön. So. War ja noch recht simple Sache. Passt so. Äh, was ist das hier? Gusseisern, Gartentisch, Minu. Okay. Gusseisern, Gartentisch, Minu. Am besten auch so in Dunkel, würde ich sagen. Ist hier irgendwie so in der Mitte halt, ne? Und dann vier, äh, Gusseisern, Gartenstuhl, Dali. Okay. Äh, Gusseisern, Gartenstuhl, Dali. Okay, wir kaufen mehr, aber nur klar. Äh, eins. Zwei. Ist ein bisschen klein, so gefühlstechnisch, aber okay. Drei. Und dann hier halt. Vier. So. Wunderschön. Alle Aufgaben wurden erledigt. Ach, mehr war es gar nicht. Das ist ja sehr, sehr nett. So, 100% des Auftrags erledigt. Sehr gut. Schrei mir, schrei mir, schrei mir die so einen Text. So eine Bitteaufgabe. Ich, ich verstehe es nicht. So, ähm, Spielplatz und Barbecue. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Entferne Unkräuter. Nuklea. Nuklea. Ist immer so eine Sache hier. Was ist Pflanze, was ist Unkraut, ne? Aber... Das... Das könnte nur Pflanzen sein. Also ein gepflegter Rasen. Und dann ist da mittendrin so was hier. Ich denke mal, ich muss mal Rasen mähen. Ja. Aber auch immer nur an gewissen Stellen, ne? Ansonsten... Ist hier auch nicht. Das Unkraut geht durchs Rasen mähen auch nicht weg. Schade. Geht man ja eigentlich davon aus, aber... Da ist Unkraut im Gras. Im hohen Gras. So. Doch, geht doch weg. Je nachdem, wie man... Wie man dran fährt. So. So. Gut, hat man das schon mal erledigt? Auch noch ein Fähigkeitspunkt. Sehr gut. Schnelleres Entfalten des Grases von der Grasrolle um 100%. Ja, brauche ich nicht. Wir verbessern das mal das hier. So. Wunderschön. Dann. Ähm. Montiere Kinderschaukel aus Holz. Okay. Suchen wir einfach mal. Kinder... Ähm. Wenn schon im Garten. Schaukel? Ähm. Ähm. Erholung. Kinderschaukel aus Holz. Karussell Mian. Ähm. Gibt es da nicht irgendwie einen Namen dafür? Aus Holz. Ne. Ist auch schon. Kinderschaukel aus Holz. Oder Slum. Da gibt es noch mehrere Varianten. Wie wir das Ganze hier nehmen können. Grundlage finde ich auch sehr gut. Lassen wir einfach alles so wie es ist. Mir ist das ja... Mir geht das ja sowas von am Hintern vorbei. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Ein bisschen was hier zum Anschieben. Montieren wir das Ganze. Zack. 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 So eine schöne Kinderschaukel. Sieht gut aus. Ähm. Gegenstand anbringen. Sandkasten. Und dann steht auch nichts weiter da. Das ist immer kritisch sowas. Ähm. Sandkasten. Das ist immer sehr, sehr kritisch sowas. Aber anscheinend ist das relativ. Und wenn es den relativ ist, ist es mir auch relativ. So. Dann sollen wir... Was an den Gegenstand anbringen? Hahnfrühlingswippe. Okay. Hahnfrühlingswippe. Oh. Okay. Das ist ja hier alles für die Kids, ne? Würde ich sagen. Ich muss das hier so. Okay. Loll. Pflanze. Pflanze. Kleiner Kirschbaum. Kleiner. Kleiner. Kirsch. Kleine Fresse. Kirsch. Kleiner Kirschbaum. Eingansen. Okay. Und dann können wir ja... Hier so hin sitzen, muss ich sagen. So. Neue Schaufel. Geht die damit schneller, oder was? Oh ja. Der haben wir jetzt. So. Wunderbärchen. Äh. Dann Gegenstand anbringen. Äh. Was ist denn den Sektor hier, oder was? Per... Entschuldigung. Entschuldigung. Verdammt. Normade. So. So. Ich weiß nicht, wie sie das halt am dümmsten halt haben wollen, weil zwei und einer kriegt wir da definitiv nicht. Da steht ja jetzt schon mal fest. Aber ich glaube, das hat auch gereicht. Gut. Irgendwie halt. Ist zwar jetzt... Ist das auf Kran... Nein, es ist... Nein, es ist ja... Das ist auf jetzt nicht so, wie ich mir das hätte gewünscht, hätte. Ähm... Wir müssen das mal irgendwie hier so. Dass die... Dass das so dran ist, wie es halt dran ist, ne? Das ist zwar auch nicht so das Idealste, aber immer ein... Äh... Grill... Wengel... Irgendwas. Äh... Ja, so einen schönen Grill hier. Na klar. So, Tisch... Grazjahne... Irgendwas. Äh... Ja, genau. Genau, auch so, dass wir das hier so verstehen. Ähm... Anbringen sechsmal Stuhl-Krazjahne. Okay. Ähm... Stuhl-Krazjahne. Sechsmal. Für uns haben wir eine Menge, tue. So... Gucken wir mal, ob wir das alles ankriegen. Eins... Zwei... Achso, hier so. Drei... Vier... Vier... Hm... Vier... Fünf... Sechs... Wunderbar. Wunder, wunderbar. So... Hier ist noch ein ferner Unkreuzer. Irgendwo? Nirgendwo? Nirgendwo? Da ist hier so eine Scheiß-Terra... Ach, hier hinten. Alles klar. So... Da hat sich das ja auch schonmal alles erledigt. Was ist jetzt hier noch? Liege-Elepsia? Ach Gott. Liege-Elepsia. Okay. Oh Gott, das sieht so grottenhässlich aus. Wie wird das Motiv? Äh... Ja Leute, ihr habt zwar euer Platz, aber jetzt so viel Platz habt ihr jetzt auch nicht hier. Oder muss das hier in welchen... Wie weit leuchtet denn der Scheiß? Eigentlich nicht weit, ne? Irgendwie hier so auf Krampfen... Oder muss das unbedingt mit hier drinnen sein? Ja, das leuchtet noch bis hierher, ne? Ähm... So... Gut. Mhm, 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 mhm. Dann hat sich das hier eigentlich alles erledigt. Gucken wir mal nochmal hier in den vorderen Bereich. Weil die Aufgaben wurden aus irgendeinem Grund noch nicht so zu 100% erfüllt. Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, weil Aufgabenstellungen selber... Gibt's ja gar... Ach doch hier noch. Die Scheiße. In dem Bereich. Zweimal Sofasami. Okay. Sofasami. Zweimal. Gott, diese Motive sind teilweise so unglaublich hässlich. Aber gut. Wir müssen ja hier nicht wohnen. Das ist der Vorteil. So. Das würde ich jetzt mal als Vorteil sehen, dass wir das nicht müssen. Weil das ist halt... Puh. Hässlich. So. Äh... Tisch... Sammy. Tisch... Sammy. Okay. So. Könnt ihr euch alle unterhalten. Also, geschmackstechnisch gesehen, naja, haben sie da alle irgendwie eine Verirrung, so gefühlt. Gerade das riesen Ding auf der Ebene hier. Aber... Soll mir egal sein. 100% erledigt. 5000 Ocken. Und dann können wir uns den ganzen Spaß, würde ich sagen. So. Nächster Auftrag. Den Garten in Ordnung bringt. Das machen wir natürlich. Eine gewisse Geschmacksfolgerung ist es schon. Mähe den Rasen. Gibt es eine Menge zu mähen, wenn ich mir das hier so angucke. So. Was halt geil gewesen wäre, gleich so direkt so ein Rasenmäher. Das wäre schon lustig gewesen. Aber wer weiß an was es gescheitert ist. So. Ich denke mal, diese ganzen Dinger sind das Unkraut. Ja, sind es auch. Kann ich die Scheiße nicht gleich hier so weg machen? Naja. Ja. Muss ich ja nicht doppelt und dreifach hier irgendwas machen. Und das gleich damit verbinden können. So. Den Garten in Ordnung bringen ist aber halt im Endeffekt wirklich eigentlich nur, ja machen sie mal bitte meinen Rasen wieder schick. Was anderes ist es ja hier eigentlich nicht. Beim Garten ist es nicht so wirklich, es sieht eher aus wie so ein halber Wildwuchs. So. Ich ziehe jetzt einfach mal hier so konsequent hoch. Dazu mal hier noch ein bisschen was mitnehmen, was stehen geblieben ist. So. Das ist eine Mischung aus Gras und, oder Wiese und Unkraut was hier drin ist. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. So. 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 Pfff. Hätten sie uns schon mal einen Rasenmäher geben können oder einen Rasentraktor? Ja, das wäre auch lustig. Ich glaube, da sind die Flächen zu klein dafür. So. Das ist alles Unkraut hier, oder? Komm, geh weg. Geh weg. Geh weg. Dankeschön. Das ist alles Unkraut hier, oder? So. Zieht sich trotzdem. Ich mach uns einfach mal hier so straight rein. Und wieder raus. So sehen, was übrig bleibt. Beziehungsweise erstmal noch das ganze scheiße Unkraut weg. Und einmal hier hinten geht es hier auch noch weiter, du Heimatland. Ach, stimmt. Ja, ja. Hier geht es ja. Ja, gut. Ja. So einmal so komplett außenrum fahren, so frei nach dem Motto. Okay, ich glaube wir müssen erstmal hier hinten weitermachen. Sonst wären wir nämlich hier gar nicht fertig. Awe, wir haben uns schon mal 62% davon erledigt. So, du kannst jetzt nicht komplett Aufträge beenden. Achso, ich kann jetzt beenden. Ja, etwa. Machen wir nicht. Wir machen das schon noch zu 100%. So ist es ja nicht. Wenn hier einzelne Stellen nicht weggehen wollen, was nervig ist. So. Ja, Rasenbänen. Es gibt interessantere Aufgaben. Ohne Frage. Aber, na gut. So viel Kohle wird uns das auch nicht springen. 260 Dollar bis jetzt. Ein Highlight. Ein Highlight war das jetzt nicht. Das steht schon mal fest. Aber gut, wir haben doch 312.000 Dollar. Nur so. Pff. Das ist ja auch nicht. Das ist ja mein alter Spielstand. Und die Kohle haben wir eigentlich auch nur gebraucht, wenn wir Häuser kaufen, aufbauen und wieder verkaufen. Ah. Das ist so. In dem Sinne, wir könnten jetzt unseren eigenen Garten bauen. Also ganz ehrlich, ich habe da noch weniger Bezug dazu, wie zu irgendwas anderem. Äh. Garten. Ich würde mir noch nie einen Garten holen. So. Neuer Fähigkeitspunkt. Sehr gut. Ah. Demnächst. Okay. Demnächst. Finde ich sehr gut. Demnächst ist... Demnächst ist immer sehr gut. Zack. Demnächst. Stopp. Da fehlt noch was aus dem DLC, was dann demnächst kommt. Oder ich habe es per se noch nicht freigeschaltet eins von beiden. Aber dann bin ich mit meinen Fähigkeitspunkten relativ schnell dort gewesen. Was eigentlich auch nicht normal ist. Sü. Hm. 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 So. Gehen wir raus. Dreimal rum. Das restliche Glympe, was hier noch rum steht. So. Ne. Ne. So. So. 97% mit mehr den Rasen. Also irgendwo steht noch was rum. oben. Ich denke mal hier so auf der Ebene. Hier solche scheiß Vereinzelten. Genauso wie hier. So. Zu 100% ein Klick auf den Hotkey um den Auftrag zu geben. zu beenden. Ach ja. Easy. Ja gut. 350 Dollar. War jetzt absolut nicht das wahre Leben. Und wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Sehr gut. Ähm. Aber. Auch besser als nichts würde ich sagen. Gut meine Freunde. Ich danke da fürs Zuschauen. Wir sehen uns da am nächsten Part wieder wenn ihr den mögt. Lasst ein Däumchen da wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auf der Renne. Tschüssikowski.